Ich bin Benni, das ist Debi. Wir kochen heute Grillspiessen am Stammtisch. Am Stammtisch ist zugleich auch unsere Agentur, wo wir Konzepte, Grafik und Illustration anbieten. Heute haben wir drei Spiessen im Angebot. Einmal Asiatisch mit Gemüse, einmal mit Fisch italienisch. Und eine Schweizerische mit Servolat. Hopla! Beim Schweizer Spiessen haben wir eine ganz klassische Servolat, Emmentaler, Specktranche und eine grüne Note Zucchetti. Am besten immer eine zweifache Wiederholung. Für die italienische Fischspiessen nehmen wir frischen Lachs, Grovette, Mini Seppie, das sind kleine Tintenfischchen. Für die Marinade Olivenöl, einen Schuss Zitronensaft, frischen Knoblauchpressen, Basilikum Hacken, Salz und Pfeffer. Das Ganze sind wir 10-15 Minuten zugedeckt marinieren. Für den Spiessen nehmen wir noch frische Käfe, Ciabatta Brot, Vollkorn am besten, also das wäre süßig. und dann das Ganze aufspiessen. Für den asiatischen Gemüsespies haben wir Obersteine, Frühlingszibbel und Tofu. Und dann grillieren wir das Ganze 5-10 Minuten lang. Es ist empfehlenswert, dass man so einen Untersatz nimmt, grillieren, denn der Fisch bleibt saftiger. Prost. Prostata. Mit Prostata.